ARD Text im Auftrag von Funk Barney Ross. Wer hat meine Abmachung? Ich hätte dich in ein tiefes, dunkles Loch stecken können. Aber ich habe dich verschont. Ich wusste, irgendwann wird der Tag kommen, an dem du deine Schulden begleichst. Dieser Tag ist heute. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020